Und zurück, ich bin Skira, gerade mal wieder ein kleiner Part, drei Minuten müsste er sein oder so. Ja, weil Kamera ging wieder aus, wegen Batterien. Und ja, sorry, könnte einfach passieren, aber... Ich glaube eigentlich, du für höhere und besser. Nee, geht so. Ging noch gerade die ganze Zeit. Ah, okay. Laufen oder? Lass mich das nicht laufen. Ich bin Schnee. So. Lauf her. Oh mein Gott. Bahn kann ich auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, was ich hier soll. Ich weiß es wirklich nicht. Ah, die Tür. Hier ruhig ein Letzten. Wir haben einen Endflick, Mann. Da, siehst du den Endgegen. Was ist das? Hier an. Oh mein Gott. Weißt du, wie man den besiegt? So fettig. Ach ja. Toll, du röt mich auch schon. Oh. Okay, das ist hässlich. Okay. Der macht mir an. Ich hätte mit dem, wir werden uns einmal sterben. Oh. 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 Äh, ja. Ach so. Stimmt, was er aus? Ah. Oh nein. Nein. Nie hat. Stimmt, schwaa. Stimmt, schon nie hat. Ah. Ja, fast! Boah, was wird? Wie genau? Wie kann ich aufweichen? A und B nicht, genau. Ich komm gar nicht zu. Direkt durch die Reaktion. Wir wissen nicht, ey. Was ist da? Wir wissen so gut. Ja, es ist nur 3 und was und wo. Ja, pass auf. Tot? Nein, wirklich nicht. Ja. Pass auf, da liegt die. Hier. Habe ich erwischt? Ja, habe ich. Das konnte man deutlich sehen. Ich glaube, ich muss den so immer treffen, glaube ich. Oh, okay. Ja. Jetzt ist die ganze Richtung. Verliest man so weg? Boah. Boah. Du Kerl. Könnte ich meinen Schlaf mal hätten. Schlaf gut, Leute. Aber... Vielleicht hast du das große Glück, ey. Du musst fliegen, weil ich in die Mühe zu lange, wenn man nur noch dran bin oder so. Hä, ich hab den... Aber ich hab den noch ein bisschen toll. Ich bin fast tot. Hä, wie soll das denn rechtzeitig gehen? Nein, schaffe ich nicht. Ja? Ja. Ja. Machen wir noch ein Hai, ey. Ja, oder? Ja, doch. Ja, doch. Ich suche alles, um mich zu besiegen. Ah, die Scheiße. Das ist auch nicht so richtig. Ja, das ist auch nicht so gleich. Jetzt kommt der wieder von vorne. Da sagst du. Und zieh auf den Mund, ja. Ja. Da links links links. Ja. 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 War schonmal gut. Ja. Nein, so kann ich's denn, glaube ich, gar nicht verletzen. Glaub ich auch. Jetzt. Ich hab den nochmal erwischt. Das ist schon drauf wie er geht. Geht doch gar nicht. Ja, ich bin nicht schade, so dass ich denke. Warum ist das ein Scheiß? Bekannst du mich dann? Bin... Jaaa! Ok, jaaa! Boah, Mensch! Böser Fisch! Gegenländische Brüder ist noch gar nicht tot. Ganz schnell, ganz schnell! Ich versuche so schnell zu drücken, wie ich noch kann! Zu spät! Speichern! Yeah! Jaaa! Sauber! Ähm... Ich glaube der letzte Level ist. Meinst du? Warte... Und wir sind ein Händler. Ich gehe speichern, ne? Ja, ich gehe speichern. Okay... Na ja, nein egal. Hä? Nix... So, wo... So. Gehen wir durch die Tür oder gehen wir hin? Okay, gibt es nichts mehr. Gehen wir durch die Tür. Oh, wegen. Ja, oh mein Gott. Da kommen wir sicher noch nicht durch. Oh doch, schon mal. Ja, wir müssen liegen. Ähm, egal. Du musst ja gleich dran. Ja, aber das war das. Ding, 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 ding. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ein Aufsgeburt. Ich muss das auf dem Kopf sein. Auf dem Kopf, du krieg das Wissen. Egal. Das war es dann mal. Bis zum nächsten Mal, Leute.